Eddie Liebes, du und diese Schaukel! Komm jetzt, setz dich gerade hin und ich bring dir Apfelkuchen und deinen Lieblingssaft raus. Juicy Blue! Liebes, du verdirbst ihn noch mit dem ganzen Müll, den er in der Glotze sieht. Ich kann nicht glauben, dass du einen Bunker unter der Ranch gebaut hast. Ich auch nicht. Da gibt es so viel zu bedenken. Er muss zum Beispiel nah genug beim Haus sein, damit man nicht zu viel laufen muss, wenn die Bombe kommt. Aber er kann auch nicht direkt unter dem Haus sein, denn da suchen die ja zuerst. Wie ich dich kenne, hast du bei dem Bunker nichts dem Zufall überlassen. Bier. Musik 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 Wie ich dich kenne, hast du bei dem Bunker nichts dem Zufall überlassen. Darauf kannst du einen lassen. Ich werde dir mal bei Zeiten die Baupläne zeigen. Ich glaub, die müssen irgendwo in der Scheune sein. Wie auch immer. Danke für die Schachfigur, Junge. Die bekommt einen Ehrenplatz. Der Bunkereingang könnte überall sein. Mein Versuch kann nicht schaden. Nö, hört sich weder hohl noch metallisch an. Der Bunkereingang könnte überall sein. Der Bunkereingang könnte überall sein. Scheint nicht hier zu sein. Der Bunkereingang könnte überall sein. Der Bunkereingang könnte überall sein. Komm, sag es. Okay. Aber dann ab unter die Dusche. Sonst lässt deine Mom dich nicht mehr rüberkommen. Wenn die Ratten das sinkende Schiff verlassen, wer ist der einzige Pirat, der bleibt und ficht? Captain Roberts, denn Angst kennt er nicht. Und nochmal. Kann die Ratten das sinkende Schiff verlassen? Wer ist der einzige Pirat, der bleibt und ficht? Captain Roberts, denn Angst kennt er nicht. Und nochmal. Nein, 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 nein. Captain Roberts muss sich endlich waschen. Und nochmal. Sonst spüren die alle anderen Flaschen. Du vermisst sie auch, was alter Kumpel? Du siehst gut aus. Du hast frisches Wasser, bist schön sauber und gestriegelt. Wer kümmert sich denn um dich? Hm? Hm? Mama? 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 Die Baupläne müssen noch irgendwo in der Scheune sein. Ist da jemand? Sheriff? 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 Untertitelung. BR 2018 Gib mir einen Grund. Hey, komm schon. Ganz ruhig. Robert. Sie war zwei, als ich sie adoptiert habe. Ich dachte immer, ich werde mal dafür entschädigt, dass ich bei ihrer Geburt nicht dabei war. Dafür musste ich sie dann zweimal sterben sehen. Mr. Carrigan, ich bitte Sie. Sie haben keine Ahnung, wie das ist, deine Tochter zu verlieren. Ich würde Ihnen gerne diesen Schmerz ersparen. Aber nur Sie können die Leiche identifizieren. Tut mir leid. Ich... Ich kann nicht, Julia. Ich kann's einfach nicht. All die Jahre hat sie noch gelebt. Kein einziger Anruf in acht Jahren. Sie kann es nicht sein. Robert. Nein, nein! Warum sollte sie mich anrufen? Sie hasste mich, seit ich sie eingewiesen hatte. Wie ist sie gestorben? Was hat sie all die Jahre nur getrieben? War sie glücklich? Robert. Robert. Mit ihrer geistigen Gesundheit ging es bergab und ich glaube nicht, dass sie glücklich war. Sie hat all diese Jahre damit verbracht, ihre Rache an Ed zu planen und sie hatte kein Problem damit, alle zu beseitigen, die ihr in die Quere kamen. Sie wollte ihn in den Wahnsinn treiben, aber daraus wurde nichts. Was das Ende angeht, wir wissen immer noch nicht warum, aber sie ist von der Brody Canyon Bridge gestürzt und... Aufgrund der extremen Höhe und weil wir die Leiche nicht sofort finden konnten, könnte ihr Gesicht... Nein. Vielleicht ist die erwähnte Narbe bei der Identifizierung von größerer Hilfe. Mehr brauchen wir wirklich nicht. Alsoенных hat. Es wird be IV. Das wäre eine formliche Sache. Das wäre ein Bit Totally gut. podemos schreitzen? Was ist erlich? Adam. Warum? 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 Wenn dir was an den Fingerchen liegt, mit denen du schreibst, erklär mir lieber schnell warum. Warum? Adam. Bitte. Warum hast du meinen Onkel getötet? Adam. Adam. Dein Onkel war mein Freund. Ich hab ihn nicht getötet, sondern Faye. Veronica. Bullshit. Veronica. Faye. Ist doch egal, wer abgedrückt hat. Du warst Komplize bei seiner Ermordung. Komplize? Adam. Du wolltest mich schon immer loswerden. Als kleiner Junge. Und als Erwachsener. Du hast sie mir weggenommen. Du hast mir ihre Liebe gestohlen. Angeln. Schach. Die gemeinsamen Nachmittage. Du hast sie mir weggenommen. Und das hat dir immer noch nicht gereicht. Du wolltest die Ranch. Aber die würde ich ererben. Nicht wahr? Du wolltest ihn zwingen, sein Testament zu ändern. Hattest dafür aber nie die Eier. Weil du ja noch nie die Eier für irgendwas hattest. Deine kleine Freundin hat die Drecksarbeit für dich erledigt. Und dann ist alles aus dem Ruder gelaufen. Sie hat meinen Onkel ermordet. Und du hast sie umgelegt. Weil sie's verbockt hat? Aus Wut? Damit keiner was rauskriegt? Adam, das ist Wahnsinn. Mir reicht's. Hast du meinen Onkel ermordet? Adam, ich hab ihn nicht... Mir doch egal, wer abgedrückt hat. Hast du meinen Onkel ermordet? Ich weiß wo... Hast du meinen Onkel ermordet? Nein! Ich hab nichts mit seinem Tod zu tun! Nichts! Du gibst einfach nicht auf, was? Okay. Du erzählst mir jetzt, was ich hören will, bevor ich ausflippe! Drei... Deine Tante lebt. Und ich weiß, wo sie ist. Was? Sie ist im Bunker der Ranch. Die Ranch hat gar keinen Bunker. Die Baupläne sind unten. Ich weiß, wo der Eingang ist. Woher soll ich wissen, dass du mich nicht einfach nur loswerden willst? Das bist doch nicht du, Adam Franklin. Du bist ein anständiger Mann. Aber wenn du das tust... Du hast es so gesagt. Ah! Bunker, hm? Beweiß es. Laut der Baupläne sollte er hier sein. Wir sollten den Klang von Metall hören. Ja. Er ist genau hier. Ganz ohne Zweifel. Ist sie das? Wusstest du, dass die meisten tapferen kleinen Mädchen auch Narben haben? Jetzt kriegst du auch eine. Und weißt du was? Sie wird wie ein Faul aussehen. Faul wie Veronica? Danke, Mr. Kerrigan. Adam. Endlich. Wo warst du? Was? Mit Miller? Bitte sag mir jetzt nicht, dass du... Was für ein Traktor. Wie bitte? Das Ding wiegt doch locker ne Tonne. Wie willst du... Wir haben den Schlüssel. Ich bin unterwegs. Ich muss zur Ranch der Franklins. Wir sehen uns später. Sheriff. Kann ich noch ein wenig bei meiner Tochter bleiben? Mr. Kerrigan. Vielleicht... Möchten Sie Ihre Enkeling kennenlernen? Was? Überraschung. Das ist die ganze Zeit. Die Haare kann ich nicht so weit weg... Aber die Frage zu werden. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Tante Esther? Kannst du mich hören? Tante Esther? Kannst du mich hören? Tante? Wir werden dich da rausholen! Tante Esther? Bist du okay? Ich bin's, Tantchen! Alan! Dein Neffe! Verschwinde, du Monster! Tantchen, ich bin's! Runter mit dem Messer! Verschwinde! Los hinterher! Runter mit dem Messer! 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 Esther, schau mich an! Ich bin's, Eddie Miller. Eddie! Du hast Sam getötet! Wenn die Ratten das sinkende Schiff verlassen, wer ist der einzige Pirat, der bleibt und ficht? Captain Roberts, den Angst kennt ihr nicht! Eddie? 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 Gib mir Deine Hand! Esther! Gib mir Deine Hand! Ah, mein lieber Junge, was habe ich Dir angetan? Wird schon wieder, keine Sorge. Der Krankenwagen ist unterwegs. Die werden ein paar Tests machen und... Wir hatten alles da. Wasser und Essen. Typisch Sim. Mrs. Franklin, könnten Sie, also wenn es Ihnen besser geht, könnten Sie uns vielleicht sagen, was passiert ist? Ich habe Sam gesagt, es sei zu spät, um noch durch den Wald zu gehen. Er sollte lieber das Otto nehmen. Aber er wollte unbedingt zu Deinem Haus laufen. Ich habe Anstrengen. Er hat gesagt, er wolle dich an eure Angelpläne erinnern. Aber ich weiß, dass er sich einfach nur ein Bier mit dir genehmigen wollte. Ich war überrascht, als er so schnell zurückkam. Er... er war nicht mehr er selbst. Ich sagte, Sam, was ist los? Was hast du nur gesehen? Das war's für mich. Das war's für heute. Machen wir's heute Nacht. Gleiche Zeit. Schön pünktlich sein. Nicht schlecht, Mieze. Ich hab Sam gesagt, er soll sofort die Polizei rufen, aber ihr wisst ja, wie dickköpfig er war. Er meinte, er sagt's dir am nächsten Tag, beim Angeln. Er hat sich keine Gedanken darüber gemacht. Er hat gesagt, dass jede Menge junger Leute im Wald Zielübungen machen. Wahrscheinlich war's nur ein Eichhörnchen. Wir haben die Nacht nicht gut geschlafen und sind früher als sonst aufgestanden. Noch bevor es richtig hell geworden war, hörten wir beim Frühstück ein Auto. Das fanden wir seltsam. Psst. 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 Doch, das war nicht so. Sam! Oh Gott, Sam! Sie zwang mich, eine Decke über ihn zu werfen und zog mich dann von ihm weg. Sie sperrte mich mit dem Baby ein und meinte, sie sei in ein paar Stunden wieder da. Sam hatte ein Telefon im Bunker installiert. Ich habe versucht, jemanden anzurufen, aber ich wusste nicht mehr, wie spät es war. Also habe ich mich darauf gefasst gemacht, dass sie zurückkommt. Wie soll ich nur ohne ihn? Lieb, Madam. Was soll ich machen? Also, mach dich doch fürs Essen fertig. Sonst schläft Jenny schon, wenn ihre Oma hierher kommt. Oh, ich habe Eddies Apfelkuchen vergessen. Ich hoffe, er ist nicht angebrannt. Oh, ich weiß nicht. Amen. Jenny, Schätzchen, sag deinem Daddy, er soll da schreiben lassen und spielen kommen. Der ignoriert Opa einfach. Wenn du so weitermachst, hast du den Roman in Rekordzeit fertig. Hören sich für dich zehn Jahre nach Rekordzeit an? Hören sich für dich. Hören sich für dich. Was beschäftigt Sie? Heute früh habe ich endlich einen Anruf von meinem Bekannten bei der staatlichen Adoptionsagentur bekommen. Offenbar hat die Agentur, über die Robert Veronica adoptiert hat, ihm wichtige Informationen vorenthalten. Über ihre leiblichen Eltern. Was? Sie haben sie missbraucht. Sie haben sie kaputt gemacht, dieser... Ich will nicht mal drüber nachdenken. Diese Teufel. Erklärt es das, warum sie eine Psychopathin war? Wie das frühere Trauma wieder aus. In Veronicas Fall konnte ihr nicht mal Roberts aufrichtige Liebe helfen. Dafür gibt es viele verschiedene Gründe. Persönliche, soziale, sogar biologischer. Wir wissen es nicht. Ich vermute, wir sind alle irgendwie ein bisschen kaputt. Wir werden nicht alle wie Veronica, aber wir sind auch keine Heiligen. Ich dachte, sie wollten mir nicht ins Handwerk pfuschen. Hey! Wer hat mir denn die ganze Woche ins Handwerk gepfuscht? Ich bin nicht ins Handwerk pfuscht. Wann fährst du? Heute Nachmittag. Wenn ich mit dem ganzen Papierkram fertig bin. Wenn du nicht so viel zu tun hast. Ich weiß, da wartet jemand auf dich in L.A. Aber Zero Lake ist wunderschön zu dieser Jahreszeit. Und... Es gibt da jemanden, aber ich hab ihm schon viel zu viele Chancen gegeben. Zero Lake bisher keiner. Wir könnten zurück zu Mama Louise gehen. Ich hab da so viel noch nicht ausprobiert. Und... Wann live... UM Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schnauze 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020